Moin mit euch und ein recht herzliches Willkommen zu einem weiteren Video von Nussi Janko, es ist mit meiner Wenigkeit, ich bin der Schulz, ja und heute mal zu einem weiteren, ja, Call of Duty Monoborfer 3 Beta Video, ja und zwar in diesem Video, habt ihr wieder schon gesehen, handelt es sich dieses Mal um den Spielmodus, ja, suchen und zerstören. Ja, ich glaube, ich brauche dazu viel nicht sagen, ich glaube, jeder kennt diesen Modus, der Monoborfer 2 vorher gespielt hat, oder aktuell ja spielt, weil das Video gerade draußen ist, ja, ist ja dann schon auch die Beta wieder vorbei. Okay, genau, zwei, drei kleine Sachen nochmal, bevor ich euch das Gameplay zeige, ja, es war mal wieder ein Hin und Her, eben komplett low und das war es eigentlich schon, ich wünsche euch viel Spaß, ja, beim Video. So, dann starten wir mal rein hier in Suchen und Zerstören. Let's go! So, so, wir können wieder auswählen, die Karten, äh, ja, haben wir hier Skidro, wie das ausgesprochen wird. Die beiden auch ganz nice, besser als Starte, A-T-T-T, T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T. Für dich persönlich. Mal schauen wir mal, wie das hier abläuft, mit Zersuchen und Zerstören. so mittlerweile habe ich auch eine ja meine waffe man ist auch jetzt mal in der waffenkammer oder wie man das nennt ja beim waffenschmied genau ich habe jetzt ein paar sachen können auf ganz chili-mili schauen wir mal ob das ja jetzt laufen wird jetzt ich bin gespannt wie ein angriff an kiff angriffe besuchen und zerstören das bild sieht schon mal schön aus alles klar sterbe ich ja gleich bekommen wir eine bombe gleich auf ansage meine finger sind arsch kalt nein ach scheiße die falsche waffe junge die falsche waffe ficken alter der kam von hinten wo ich gerade die waffe gewechselt habe das läuft doch das läuft doch erste runde gewonnen meiner leistung das ja eigentlich so 246 unten immer die richtige waffe ja wieder hinter mir wieder am fenster die selbe stelle das geht schon wieder los das pech geht schon wieder los aber jetzt wird es besser die runde jetzt wird es besser aber muss auch erst mal richtig reinkommen wir müssen verteidigen wir müssen in der verteidigen machen wir ruhig jetzt sicher schön so alle und raus mal ein alter dicker wieso naja gut bin ich etwas alter wenigstens etwas ich habe nicht mal einen kill gemacht also wirklich unter drei nicht mal ein kill das läuft ja jetzt läuft ja richtig ich weiß immer noch nicht so richtig sollte ich lieber alle ja sollte ich lieber irgendwo am punkt campen sollte ich ziehen die ganze zeit wisst euch doch mal alle die bombe die bombe Ah, komm, Digga. Was ist das, Mann, Alter? Junge. Was scheiße, Digga. Alter, es regt mich so auf, Alter. Junge, wirklich. Zum Kotzen, Alter, wirklich. Junge. Mir wird keiner glauben, wenn ich jetzt sage, ich habe davor ein paar Runden gespielt, Deathmatch. Und ich habe da so gute Runden gehabt, das würde mir keinem Menschen glauben, Alter. Mann, das kann doch nicht wahr sein, Alter, ey, wirklich. Verstehe ich nicht. Geht gar nicht, Alter. Was zum Fick ist das, Alter? Ich glaube, ich gehe einfach zu zu schnell vor. Ich glaube, ich gehe einfach zu schnell vor. Und wir haben geschnitten, was das Messer Papa jetzt hier macht. Ah, was macht der? Hat er den überhaupt getroffen, Alter? Bereit machen für die Nächste. Hat er den überhaupt getroffen? Gar nicht so raus. Ach, ach, ach. Meine Fresse, Alter. Suchen und zerstören. Wieder durch die Hände geschossen, Alter. Das läuft ja. Man sieht die nicht mal, Alter. Man sieht die nicht mal. Komm, Alter. Wirklich, Alter. Nee, Alter, wirklich. Kannst du dir keinen zeigen, du? Kannst du keinen zeigen, die Runde? Kannst du keinen zeigen, Alter? Junge, 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 Alter. Ist das graulich, ey. Mann, ey, wirklich. Ich habe nicht einen Kill, Alter. Nicht einen Kill. Nicht einen Kill, ey. Wirklich, krass. Krass, krass, krass. Krass, krass. Was ist das für ein Waffe, Alter? Ich riege ab, ey. Nein, ich lasse. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Suchen und zerstören. Wollen wir mal verteidigen. So, komm, jetzt mit Pistole, Alter. Ansage. Pistole auf Ansage. Dann einfach die ganze Hütte, Alter. Was ist nach dem Punkt, du? Wo seid ihr? Wo sind die? Die letzte Minute. Junge. Als ob. Als ob. Oh, mein Handgelenk, Alter. Ich habe so gegen den raufgehauen, ey. Scheiße. Kann noch nicht sein, Alter. Kann noch nicht sein. Mit Pistole, Junge? Warum? Wie geht das? Wie geht das, Mann? Passiert mal was? Passiert ihr was? Ne, passiert nichts. Digga, ey. Wirklich jetzt. Maximal. Einfach draufhalten. Einfach draufhalten. Ach, nein, Digga, wie ist er. Ja, ja. Könnt man schaffen. Könnt man schaffen. Ah, easy, okay, okay, okay. Es ist nur nicht verloren, Freunde. Ich muss mich nur ein bisschen zusammenreißen und ein paar Faktos machen. Es ist noch nichts verloren. Ah, war ein guter Dackel. Muss man sagen. Oh, wir verteidigen wieder. Wir gehen wieder rein mit der Pistole. Der Feind darf die Ziel, ob jetzt den nichts verstören. Mit der Pistole, geh mal rein. Wie geht das? Nicht mit Web, sondern mit der Pumpkan. Wie geht das? Wie geht das so? Digga. Obma, schrocken, du! Muss ich hier eigentlich aufstützen? Mit T aufstützen, Alter. Wie man da bilden hat, ist das denn... Ja, komm, genau. Ich bin nachher an, du. Scheiße. Oh, jetzt ist er dicht, jetzt ist er dicht. Oh, wobei nicht. Okay, ich lebe noch, ich lebe noch. Noch eine Minute. Noch eine Minute. Echt hier oben drin, oder? Okay, okay, okay. So. Der Stand wieder vorne. Wir schaffen das. Ich habe immer noch keinen Kill, Alter. Digga. Alter, wirklich, ey. Ich habe heute Pech, Alter, wirklich. Wir müssen sehr runde. Krass, Alter. Wirklich krass. Aber ich bin auch ehrlich, ich war nur nie der Freund von Suchen und Zerstören, ne? Man kann es halt mal gut leveln, aber wirklich, ohne Scheiß, ich war nur nie der Freund davon. Noch nie. Digga. Mal los, jetzt mal ein paar andere Wege hier. Alles klar. Ja, egal, das ist ein Team-Mate, Mann. Wir platzieren die Bombe bei Alter. Mir juckt das Auge. Der Countdown los. Digga, ey, den Pannoy, ey. Haha, Digga. Verlündete Drohne im Einsatz. Digga, voll mit dem Deathmatch, Alter, wirklich. Ich habe da 30 Kits gemacht mit der Waffe. Was ist denn auf einmal los, Alter? Darf ich nicht. Darf ich nicht, Alter. Ich kriege hier nichts geschissen, Alter. Gar nichts. Krank. Krank, Alter. Krass, Alter. Aber auch verrückt, ne? Wenn man Headshot gibt, ne? Also musst du auch schon zwei, dreimal draufschießen, ne? Dass er tot ist. Eigentlich Headshot ist sofort tot, ne? Eigentlich. Eigentlich, aber naja. Wie wir sehen, es herrschen andere Regeln, ja. Mein, Alter, ich sehe nichts. Es ist hell. Oh, Granate, 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 Granate. Wann habe ich das direkt geschmissen? Können wir das nicht? Ja, Digga, ein Kill. Du musst das, Alter. Das schmeckt doch. Aber die verbissen sich safe jetzt alle zu A. A ist über uns, ne? A ist über uns. A ist über uns. Ach, nö, das war mein Scherf, scheiße, Alter. Ich habe ja zwei Killz, Digga. Zwei Killz. Das heißt gar nichts, Alter. So, wir sehen uns nach der nächsten Runde. Okay, let's go. So, du kannst das ja an. Ja, hey, du Ries. So, da wieder mal die Scheiße ausgesprochen wird. Tja. Lassen systematisch vorgehen. So, wir lassen systematisch vorgehen. Systematisch. Alter. Ach, komm, Digga. Sniper-Fuzzi-Elite-Einheit, Alter. Das läuft doch schon mal. Das läuft doch schon mal sehr gut. Das nächste Mal wächst hier einfach in den Grauen Auto rein. Sonst merken, da, da, da kämmt da. Oh. Waffe schmeckt anscheinend. Das läuft ja. Komisch, diese Fliegel-Drohnen, Alter, ne? Oh, krass. Oh, krass. Pass auf, pass auf. Würde ich nicht machen, Alter. Würde ich nicht machen. Was ist denn der? Hä? Sonst hockt er dann mal hinten in der letzten Ecke, Alter. Der Penner. Das bleiben noch 30 Sekunden. Die Runde ist verloren. Setz den Fokus auf die nächste. I see, I see. Alter, halt's Maul. Mein Gott, Alter. Nöten. Suchen und verstören. Die Ziele sprengen, aber mit Widerstand rechnen. Let's go, let's go, let's go. Du hast die Ladung gesichert. So, wir schleichen mal ein bisschen hier oben. Auf den Dachl herum. Um erst einmal so ein bisschen aufzurennen hier. So. Genau. Erstmal ein bisschen aufrennen. Da muss das nämlich... Du musst dann... Das A. Das B. Wo sind denn die alle? Oh, nein. So. Wo sind sie? Wo sind sie? Hey, wie denn? Mal eliminiert oder was? Da, guck. Ja, jeder, der Sniper-Elite-Typ, Alter, hier. Punkt, glaube ich. Ach, scheiße. Wollte man hier mit der Pistole spielen? Na, guckt. Oh, wir holen wieder die Pistole raus. Wir holen die Pistole wieder raus. Oh, nicht mehr da abzucht. So. Verteidigen. Verteidigen lief mir, äh, ist besser. Besser. Das Problem ist, wir müssen näher ran anziehen. Das ist ja ein Fahrstuhl, Alter. Ein Fahrstuhl ins Niemandsland, ne? Hoch! Da hinten kämmt diesmal der Sniper. Der Sniper-Typ. Okay, chain, chain, chain. Ruhig. Schau jetzt, ruhig. Ruhig. Ganz ruhig. Umgucken. Umgucken. Telefon, Telefon, Telefon. Ja. Oh. Wo ist die Frage? Wo sind wir? Oh, Herror. Nur du bist noch übrig. Bring die Mission zu Ende nach 30 Sekunden. Hast du den Glück von Stapion? Da unten. Auf zu Bravo. Langsam. Ach, komm, Digga. Oh, Ficken. Ja, gut, war schon besser. War schon besser. Ach, Mann, Alter, da ist er. Da ist er. Digga, der hat auch ne ruhige Hand, ne? Der hat ne ruhige Hand, muss man einfach mal sagen. So, aber war schon mal ganz gut. Das heißt, Feuer. So. Der verteidigen. Nice, 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 nice. Oh, ach, komm, hinter mir. Alles klar, Digga. Fuck, Mann, Alter. Runde gewonnen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich hasse das auch, Alter. Wenn der Gegner vor dir steht, dass man immer nachladen muss, ne? Ich hasse es auch, wie die Pest, ey, wirklich. Und zwar würde ich sagen, wir legen sie bei B. Wir wollen einfach Eifer platzieren. Scheiß drauf. Eifer platzieren. Eifer platzieren. Und ficken lassen. Eifer platzieren und ficken lassen. Ja. Ach. Ja. Scheiß drauf. Eifer platzieren. Guck. Pupps. 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 Du musst da was, du musst da was. War platziert, klingelt, aber platziert. Ach ja, du musst da was. So, und wir machen das selbe Spiel nochmal. Wir rushen, wir rushen, wir rushen zu B. B, 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 B. Oder wollen wir um uns die nehmen? Wir nehmen B. Wir nehmen B. So, komm, platzieren. Zack, 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 zack. Genau, genau, genau. Da haben sie zu tun, ja. Da haben sie zu tun, ja. Aber scheiße, wir haben einen, wir haben einen. Scheißegal, wir haben einen, wir haben einen. Alles erfüllt. Platziert. Und wir haben ihn. Ich, ich, da tu mal waschen, waschen. Ja, komm, schieß doch, schieß doch. Geht doch, hat du gut gemacht, hat du gut gemacht. Ich, da hast du ja schon raus, glaube ich, an den gegnerischen Themen. Nein, 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 nein. Diese Drohnen irgendwie sind scheiße, ne? Also, die bringt irgendwie nicht... Das ist doch richtig. Und, und, und! Ja, Mann. Ich hab's geschafft, Digga. Das war meine Arbeit, war das, Alter. Meine Arbeit. So muss das. Das schmeckt. Hier, Schulz, guck dir den an, Alter. Da ist er. Bamm, Alter. Meine Bombe war das. So, jetzt müssen wir verteidigen. Jetzt können wir nicht mehr rushen. So. Aber wenn wir dann jetzt nochmal machen, dann können wir aber nicht mehr zu B gehen. Weil jetzt, ich glaube, ich kenn sie meine Taktik. Dann müssen wir diese Taktik jetzt bei A oder so durchführen. Dahin sprinten und dann, äh. Semptix! Ja, was sind jetzt? Da gibt er nur einer. Also B auf alle Fälle nicht. Da sind, glaube ich, zu viele und das ist so... A kann ich mir gut vorstellen. A kann ich mir gut vorstellen. Habt ihr auf mich geschossen? Ach, ihr scheiß drauf, Gitz. Egal! Ey, aber ich bin schon mal besser als vorher gewesen. Besser als vorher, auf alle Fälle. Also die erste Runde war ja wirklich ein kompletter Reinfall. So, können wir nochmal verteidigen. Können wir mal was wieder schaffen. Die Pistole ist echt nice, ne? Muss ich echt sagen, ja. Der Pistole ist wirklich ein nicer, heißer. Wo, 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 wo? Ach, komm, Digga, ey, der ist ja schon betöpt gewesen. Ach, scheiß drauf, Alter. Komm, egal. Egal. Aber die Runde könnte uns gehören. Die Runde könnte uns gehören. Muss aber nicht. Irgendwas hat denn der für eine Bambusleitung, Junge? Alter, was ist da ja bei denen? Die Terror. Die Terror nicht. Und jetzt auch wieder. Noch eine Minute. Oh, was ist da ja? Los, komm. Durch, fendet. Die Karte ist geil, muss ich wirklich sagen. Wir haben die Bombe bei Bravo platziert. Bei Bravo, einfach rein, na. Einfach rein, einfach rein. In der Zeit kann Ena schon mal zu Bravo rein. Also, entschärft, entschärft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ja, Mann, Digga. Perfekt, Alter. Ich habe zwar keine Kills gerissen, aber ich war derjenige aus dem Team, der die Bombe platziert hat. So, und das reicht mir zu. So, Freunde, alles klar. Damit war es mit dem Video. Lasst gerne einen Daumen nach unten, da gerne ein Abo da lassen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bam, 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 bam. Und... Fertau.